Nostradamus, 1503 bis 1566. Ich werde einige Male jede Woche von einem wahnsinnigen Schrecken ergriffen, von nächtlichen Studien, von Geruch nach Schwefel und Feuer. Und durch langwierige Berechnungen habe ich Bücher meiner Prophezeiungen zusammengesetzt, von denen ein jedes 100 astronomische Vierzeiler dieser Prophezeiungen enthält, fortlaufende Weissagungen bis in das Jahr 3797. Der Mann, der im Jahr 1542 diesen Brief an seinen Sohn schreibt, ist zu dieser Zeit schon eine Berühmtheit, wenn auch nur als Arzt, denn seine Prophezeiungen hält er noch unter Verschluss. Nostradamus nennt er sich und ist auf dem Weg durch die Veröffentlichung dieser Bücher voller Weissagungen zum berühmtesten, wichtigsten und gleichzeitig umstrittensten Sterndeuter und Propheten der Geschichte zu werden, zum Berater des französischen Hofes und zu einem Menschen, den seine Visionen immer wieder an den Rand des Wahnsinns treiben. Michel de Nostredame wird am 14. Dezember 1503 in Südfrankreich, in einem kleinen Ort namens Saint-Rémy-de-Provence, geboren. Mehr als 20 Jahre zuvor waren seine Vorfahren vom jüdischen zum katholischen Glauben konvertiert. Sie hatten kaum eine Wahl. König Ludwig XII. von Frankreich hatte ein Edikt erlassen, das die Juden vor vollendete Tatsachen stellte. Entweder sie traten zum Katholizismus über oder sie mussten das Land verlassen. Zeitgleich kam es immer wieder zu Übergriffen durch die christlichen Nachbarn und es bestand die ständige Gefahr einer Verfolgung durch die Inquisition. So trat auch die Familie Salomon, wie Michel de Nostredames Vorfahren ursprünglich hießen, zur katholischen Religion über und versuchte mit einem neuen Namen ihre jüdischen Wurzeln vergessen zu machen. Der junge Michel ist das Älteste von fünf Kindern und stammt aus wohlgeordneten, wenn auch eher einfachen Verhältnissen. Sein Vater Jacques ist Notar. Seine Großeltern sind Ärzte und Mathematiker, die das Kind im katholischen Glauben erziehen und sich außerdem um seine Bildung bemühen. Alles deutet zunächst darauf hin, dass auch Michel irgendwann Notar wird. Doch immer mehr interessiert sich der Junge für die Naturwissenschaften. Neben Geschichte, Griechisch und Latein beschäftigt er sich mit Mathematik und einer Vielzahl von naturwissenschaftlichen Fragen. Dabei stößt er auch auf die Sterndeutung. Im 16. Jahrhundert ist die Beobachtung der Gestirne in Mode. Ihre Bedeutung nimmt rapide zu, als immer bessere Linsen und Gerätschaften entwickelt werden. Astrologie wird zu einem wichtigen Fach, das an den besten Universitäten gelehrt wird. Dabei unterscheiden die Gelehrten des 16. Jahrhunderts nicht zwischen Astronomie, also der rein wissenschaftlichen Betrachtung von Konstellationen im Weltall, und der als abergläubisch verrufenen Astrologie. Beides sind in den Augen der Renaissance zwei gleichwertige Seiten derselben Medaille. Weil es üblich ist, dass sich gelehrte lateinische Namen geben, wird aus Michel de Nostredame Nostradamus. Die beiden Namen hören sich zwar ähnlich an, doch sie bedeuten etwas völlig Unterschiedliches. Aus unsere Dame wird wir geben das Unsere oder wir tragen das Unsere bei. Die Ausbildung in der Familie zahlt sich für Nostradamus aus. Mit 17 Jahren beginnt er an der renommierten Universität von Avignon mit einem Studium der Geisteswissenschaften. Schon mit 19 Jahren besteht er eine anspruchsvolle Prüfung. Seine Professoren bestätigen ihm hervorragende Kenntnisse in Grammatik, Rhetorik, Logik, Latein und Griechisch. Und außerdem sind sie von seinem außergewöhnlichen Gedächtnis beeindruckt. Nun steht ihm der Weg offen für ein Studium der Medizin und der Philosophie in der Stadt Montpellier. Gerade als er dort ist, bricht die Pest aus, die große Teile der Bevölkerung tötet. Wie viele seiner Kollegen mischt Nostradamus Pulver und Heilmittel, die vor Ansteckung schützen und die Schmerzen lindern sollen. Die Medikamente finden reißenden Absatz. Doch Montpellier ist dem jungen Mann bald zu klein. Nachdem seine erste Frau stirbt, bricht er zu einer Reise auf, die ihn quer durch Frankreich und Italien führt. In Genua tritt er erstmals als Seher auf. Vor dem einfachen Mönch Felice Peretti fällt er mit den Worten auf die Knie. Diese Geste ist Ausdruck meines Respekts und meiner Ehrerbietung gegenüber eurer Heiligkeit. Die Mitreisenden und Umstehenden schütteln den Kopf über den wunderlichen Franzosen. Doch einige Jahrzehnte später besteigt dieser Mönch als Sixtus V. den Papstthron. Wann Nostradamus seine ersten Visionen hat, ist nicht genau bekannt. Auch die Form, in denen er in die Zukunft zu schauen glaubt, bleibt im Verborgenen. Er hinterlässt dazu nur wenige Zeilen. Nachts, wenn ich bei Studien in meinem Arbeitszimmer sitze, bin ich allein und ruhig auf meinem Sitz aus Bronze. Da erscheint mir eine winzige Flamme aus der Einsamkeit. Sie entlockt Dinge, an die man nicht vergeblich glauben wird. Immer wieder schreibt Nostradamus, er sei fest davon überzeugt, die Quelle dieser Fähigkeit sei eine Gottesgabe. Er muss sich absichern. Auf keinen Fall darf der Eindruck entstehen, Spuk oder Teufelswerk sei im Spiel. Denn in einem solchen Fall droht ihm die Verfolgung durch die Inquisition, die Folter und ein grausamer Tod. 1547 zieht Nostradamus nach Salon de Provence. Dort lernt er die junge Witwe Anne Ponsard kennen und heiratet sie. Die Ehe ist glücklich. Anne bringt im Laufe der Jahre sechs Kinder zur Welt. Nostradamus veröffentlicht Schriften, in denen er die medizinische Vorsorge diskutiert. Für viele seiner Kollegen ist dies unerhört. In ihren Augen hat sich ein Arzt um die Kranken zu kümmern und nicht darüber zu philosophieren, wie solche Krankheiten entstehen könnten. Außerdem schreibt er Fiebeln, in denen es um alle möglichen Themen geht, darunter auch Schminke und die Herstellung von Kosmetikartikeln. Als Arzt wird er über die Grenzen der Provinz hinaus bekannt. Doch immer mehr Zeit verwendet er auf Prophezeiungen. Die Menschen wollen von ihm ihre persönliche Zukunft erfahren und drängen sich um Termine bei Nostradamus. Auch die Inquisition wird auf ihn aufmerksam. Doch seine noble Kundschaft rettet ihn. Immer mehr Angehörige des Königshauses vertrauen den Visionen aus der Provence. Schließlich wird er zum königlichen Hofastronomen und Hofastrologen ernannt. Damit ist er für die Verfolger der Inquisition tabu. 1555 ist Nostradamus ein gerne gesehener Gast bei Hofe. Außerdem ist er ein wichtiger Berater von Katharina von Medici, der Frau von König Heinrich II. Die Königin vertraut auf ein Wundermittel, mit dem Nostradamus schon in Südfrankreich viel Geld verdient hat. Aus Zutaten wie Lammurin, Hasenblut, Hirschhorn, Kuhmist und Buttermilch stellt er ein Medikament her, das gegen Unfruchtbarkeit helfen soll. Und es wirkt. Nach mehr als zehn Jahren kinderloser Ehe wird Katharina plötzlich schwanger. König Heinrich ist beeindruckt und bezahlt Nostradamus ein Vermögen. Dieser arbeitet wie im Fieber. Tagsüber behandelt er Patienten, nachts ist er in der Sternwarte. In der Nacht hat er auch seine Visionen, die oft so verstörend sind, dass er sie nur kodiert, vage und in mystischen Worten niederschreibt. Unter anderem finden sich in seinen Schriften Verse, die detailgenau den bizarren Tod des französischen Königs vorhersagen. Heinrich II. stirbt bei einem Duell, nachdem ein Lanzensplitter durch das Helmvisier rutscht und durch das Auge in den Kopf dringt. Nach dem dramatischen Tod des Königs und dem Bekanntwerden der entsprechenden Prophezeiung wird Nostradamus mit einem Schlag auch weit über die Grenzen Frankreichs hinaus berühmt. Die Astrologen und Astronomen an allen Höfen Europas beschäftigen sich mit seinem Werk. Herrscher wollen wissen, was der Franzose zu ihrem Schicksal zu sagen hat. Doch Nostradamus glaubt nicht nur Dinge zu sehen, die innerhalb der nächsten Jahre geschehen werden. Er ist überzeugt, auch weit in die Zukunft blicken zu können. Teilweise sind genau diese Prophezeiungen von Nostradamus verblüffend. So gibt es in den Sammlungen seiner Visionen eine Passage, die nahezu detailgetreu den Wandel des Iran vom Kaiserreich des Schah in einen islamischen Gottesstaat vorwegnimmt. Regen, Hunger, Krieg. Sie nehmen in Persien kein Ende. Die zu große Frömmigkeit wird den Herrscher verraten. Sein Ende nimmt von Frankreich aus seinen Anfang. Geheime Vorzeichen für ein genügsames System. Wird diese Prophezeiung nicht mehr als 400 Jahre nach dem Tod von Nostradamus Wirklichkeit? Nach jahrelangen Unruhen kehrt der schiitische Geistliche Ayatollah Khomeini im Jahr 1979 aus dem Exil in Paris nach Teheran zurück. Die westlich orientierte, in der Bevölkerung als dekadent verrufene Regierung des Schah wird gestürzt, puritanische Geistliche übernehmen die Macht. Vieles, was die Zukunft an Technologie bringt, kann Nostradamus als Mensch des 16. Jahrhunderts nicht wissen. Dampfmaschinen, Eisenbahnen oder gar Flugzeuge sind damals nicht vorstellbar. Deshalb streiten sich die Experten, ob Bezeichnungen wie stählerne Vögel etwa auf Flugzeuge passen. Vor allem nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 lesen viele Anhänger aus einigen sehr vagen und mystischen Texten des französischen Seers eine präzise Voraussage der Terrorangriffe heraus, während Kritiker überzeugt sind, dass solche Deutungen an den Haaren herbeigezogen sind. Doch das größte Rätsel, das Nostradamus der Nachwelt hinterlässt, sind seine Prognosen für die Apokalypse, den Untergang der Welt, wie wir sie kennen. Nostradamus geht als überzeugter Christ davon aus, dass, wie in der Bibel, am Ende der Welt die Apokalypse steht, in der auch Jesus für das jüngste Gericht zurückkehrt. Für ihn ist dies keine Frage des Ob. Er sieht diese Entwicklung als unverrückbare Tatsache. Und er gibt auch ein konkretes Jahr an, 3797. Doch die Frage, die sich seine Anhänger seither stellen, ist, von welchem Jahr Null an beginnt Nostradamus zu zählen? Die Auslegungen gehen hier weit auseinander. Einige mögliche Termine gehen vorbei, darunter der Jahreswechsel 2000, ohne dass die Welt untergeht. Das Ereignis selbst beschreibt Nostradamus in einem Brief an den König von Frankreich folgendermaßen. Die dunkelste und allerfinsterste Finsternis der Sonne wird vorausgehen. Eine Finsternis, wie es sie von der Erschaffung der Welt bis hin zu den Leiden und dem Tod Jesu und danach noch nicht gegeben hat. Es wird sein, als sei die Welt in eine ewige Dunkelheit gestürzt. Man wird annehmen, die Erde habe ihre Schwerkraft verloren, ihre natürliche Bewegung. In der Frühlingszeit wird es erste Anzeichen geben. Es wird große Veränderungen geben, auch Veränderungen der Staaten und gewaltige Erdbeben. Allerdings sieht Nostradamus diesen Untergang der bekannten Welt nicht als absolutes Ende an, denn dem Chaos und der Verwüstung folgen nach der Überzeugung der christlichen Tradition das göttliche jüngste Gericht und Gerechtigkeit. Nostradamus stirbt am 2. Juli 1566 im Alter von 62 Jahren, geschwächt von Gicht und Arthritis und Jahrzehnten rastloser Arbeit. Sein Leichnam wird zusammen mit seinen veröffentlichten Schriften in einem Sarkophag in einer Kirche in Marseille beigesetzt. Als während der französischen Revolution eine Gruppe von Plünderern das Gotteshaus stürmt und verwüstet, wird auch der Sarg des Seers geöffnet, der genau diese Revolution ebenfalls prophezeit hatte. Die Männer wissen nicht, wessen Grab sie schänden. Erst als der Bürgermeister der Stadt sie darüber aufklärt und an einen Fluch erinnert, der diejenigen treffen soll, die die Ruhe von Nostradamus stören, legen sie die Gebeine und Schriften zurück und verlassen fluchtartig die Kirche. Noch mehr als 200 Jahre nach seinem Tod weist Nostradamus damit selbst hartgesottene Revolutionäre in ihre Schranken. Denn auch Skeptiker staunen doch ab und an darüber, wie genau ein Mann des 16. Jahrhunderts zumindest in einigen Fällen zukünftiges beschreiben konnte. Der Mann, der im Jahr 1542 diesen Brief an seinen Sohn schreibt, ist zu dieser Zeit schon eine Berühmtheit, wenn auch nur als Arzt, denn seine Prophezeiungen hält er noch unter Verschluss. Nostradamus nennt er sich und ist auf dem Weg durch die Veröffentlichung dieser Bücher voller Weissagungen zum berühmtesten, wichtigsten und gleichzeitig umstrittensten Sterndeuter und Propheten der Geschichte zu werden, zum Berater des französischen Hofes und zu einem Menschen, den seine Visionen immer wieder... Ich werde einige Male jede Woche von einem wahnsinnigen Schrecken ergriffen, von nächtlichen Studien, von Geruch nach Schwefel und Feuer und durch langwierige Berechnungen habe ich Bücher meiner Prophezeiungen zusammengesetzt, von denen ein jedes 100 astronomische Vierzeiler dieser Prophezeiungen enthält, fortlaufende Weissagungen bis in das Jahr 3797, wieder an den Rand des Wahnsinns treiben. Michel de Nostredame wird am 14. Dezember 1503 in Südfrankreich in einem kleinen Ort namens Saint-Rémy-de-Provence geboren. Mehr als 20 Jahre zuvor waren seine Vorfahren vom jüdischen zum katholischen Glauben konvertiert. Sie hatten kaum eine Wahl. König Ludwig XII. von Frankreich hatte ein Edikt erlassen, das die Juden vor vollendete Tatsachen stellte. Entweder sie... Der junge Michel ist das Älteste von fünf Kindern und stammt aus wohlgeordneten, wenn auch eher einfachen Verhältnissen. Sein Vater Jacques ist Notar. Seine Großeltern sind Ärzte und Mathematiker, die das Kind im katholischen Glauben erziehen und sich außerdem um seine Bildung bemühen. Alles deutet zunächst darauf hin, dass auch Michel irgendwann Notar wird. Doch immer mehr interessiert sich der Junge für die Naturwissenschaften. Neben Geschichte, Griechisch und Latein beschäftigt er sich mit Mathematik und einer Fitraten zum Katholizismus über oder sie mussten das Land verlassen. Zeitgleich kam es immer wieder zu Übergriffen durch die christlichen Nachbarn und es bestand die ständige Gefahr einer Verfolgung durch die Inquisition. So trat auch die Familie Salomon, wie Michel de Nostredams Vorfahren ursprünglich hießen, zur katholischen Religion über und versuchte mit einem neuen Namen ihre jüdischen Wurzeln vergessen zu machen. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020